Der Deutsche Akademische Austauschdienst e.V. ist eine Gemeinschaftseinrichtung der deutschen Hochschulen und Studierendenschaften zur Pflege ihrer internationalen Beziehungen. Er wurde am 1. Januar 1925 aufgrund einer privaten studentischen Initiative unter dem Namen Akademischer Austauschdienst e.V. in Heidelberg gegründet. Noch im Gründungsjahr wurde der Sitz nach Berlin verlegt. 1933 wurde der AAD gleichgeschaltet, 1943 durch Bombenangriffe auf den Sitz im Berliner Stadtschloss zerstört und 1945 aufgelöst. Am 5. August 1950 wurde er in Bonn als DAAD wiedergegründet. Präsidentin ist seit Anfang 2012 Margret Wintermantel. Aufgaben und Ziele Der DAAD ist nach eigenen Angaben die weltweit größte Förderorganisation für den internationalen Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern. Seit seiner Gründung im Jahr 1925 hat der DAAD über 1,9 Millionen Akademiker im In- und Ausland unterstützt. Seine Tätigkeit geht jedoch weit über die Vergabe von Stipendien hinaus. Der DAAD fördert die Internationalität der deutschen Hochschulen, stärkt die deutsche Sprache und die Germanistik im Ausland, unterstützt Entwicklungsländer beim Aufbau leistungsfähiger Hochschulen und berät Entscheider in der Kulturpolitik, Bildungspolitik und Entwicklungspolitik. Mit mehr als 250 Programmen hat der DAAD im Jahr 2013 rund 120.000 Deutsche und Ausländer rund um den Globus gefördert. Das Angebot reicht vom Auslandssemester für junge Studierende bis zum Promotionsstudium, vom Praktikum bis zur Gastdozentur, vom Informationsbesuch bis zum Aufbau von Hochschulen im Ausland. Die internationalen Aktivitäten deutscher Hochschulen unterstützt der DAAD durch Marketingdienstleistungen, Publikationen, Veranstaltungen und Fortbildungen. Stipendien für Ausländer werden in der Regel über die deutschen Botschaften, die DAAD-Außenstellen, die Informationszentren, DAAD-Lektoren und Partnerhochschulen im Ausland ausgeschrieben. Kontakt zum DAAD für deutsche Studierende vermittelt gewöhnlich das Akademische Ausland samt einer Hochschule. Eine Ausnahme bildet das Berliner Künstlerprogramm des DAAD, das sich an bildende Künstler, Schriftsteller und Musiker richtet. Der DAAD ist auch nationale Agentur für die Koordinierung und Durchführung des Erasmus-Programms der Europäischen Union. Finanzierung Das Budget des DAAD stammt überwiegend aus öffentlichen Mitteln, aber auch von privaten Spendern und Organisationen. Auswärtiges Amt 177 Millionen Bundesministerium für Bildung und Forschung 103 Millionen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 41 Millionen Europäische Union 65 Millionen Sonstige 55 Millionen Euro Der Gesamthaushalt betrug 2014 441 Millionen Organisation Organe Der Präsident repräsentiert den DAAD nach außen. Dem Vorstand des DAAD gehören neben Präsident und Vizepräsident neun Vertreter der Hochschulen, drei Studierendenschaftsvertreter und ein Vertreter des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft an. Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung gewählt, wobei die Studierendenvertreter die Mehrheit aller Stimmen und die der Studierendenschaften haben müssen. Die Vertreter der Hochschulen werden alle vier, die der Studierendenschaften alle zwei Jahre gewählt. Ferner sind als Gäste kooptiert Vertreter der finanzierenden Bundesministerien. Die Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz des Goethe-Instituts und der Alexander von Humboldt-Stiftung sowie der Generalsekretär der Kultusministerkonferenz. Die Mitgliederversammlung tagt einmal im Jahr. Die Geschäftsstelle des DAAD wird geführt von Generalsekretärin Dorothea Rühlend. Im Jahr 2013 betrug das Haushaltsvolumen 450 Millionen Euro, die Anzahl an Planstellen sowie Projekt- und Drittmittelstellen 929. Der DAAD förderte 2013 insgesamt 119.906 Studierende, Graduierte, Wissenschaftler, Künstler und Administratoren. 50.093 kamen aus dem Ausland nach Deutschland 69.813 Deutsche sammelten Erfahrungen in aller Welt. Insgesamt wurden im Hochschuljahr 2012 13 69.813 Personen im Rahmen der EU-Mobilitätsprogramme gefördert. Hier ist im DAAD für das Programm Erasmus+, die Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit, zuständig. Die neben dem Auslandsstudium auch Praktika und den Austausch von Dozenten und anderem Personal der Hochschulverwaltung koordiniert. Neben seiner Zentrale in Bonn unterhält der DAAD ein Hauptstadtbüro in Berlin, das sich im Wissenschaftsforum Berlin befindet. Dem Hauptstadtbüro ist auch das renommierte Berliner Künstlerprogramm angegliedert. Außenstellen und Informationszentren Ein Netzwerk von 15 Außenstellen und 56 Informationszentren in 60 Ländern hält Kontakt zu den Partnerländern und berät vor Ort. Die erste DAAD-Außenstelle wurde 1927 in London gegründet, die neueste 2007 in Brüssel. Die Außenstellen mit ihrem Gründungsjahr Die AAD-Außenstelle London Die AAD-Außenstelle Cairo Die AAD-Außenstelle Neu-Delhi Die AAD-Außenstelle Paris Die AAD-Außenstelle New York Die AAD-Außenstelle Rio de Janeiro Die AAD-Außenstelle Moskau Die AAD-Außenstelle Nairobi Die AAD-Außenstelle Tokio Die AAD-Außenstelle Jakarta Die AAD-Außenstelle Peking Die AAD-Außenstelle Warschau DAAD Außenstelle Mexiko-Stadt. DAAD Außenstelle Hanoi. DAAD Außenstelle Brüssel. DAAD Freundeskreis E. Ausländische Studierende mit DAAD-Stipendium werden in Deutschland von ehemaligen deutschen DAAD-Stipendiaten betreut, die im DAAD Freundeskreis E. V. zusammengeschlossen sind. Der Freundeskreis wurde 1981 gegründet und hat bundesweit ca. 1500 Mitglieder. In vielen Universitätsstädten gibt es Regionalgruppen, welche die Betreuung der ausländischen Stipendiaten organisieren. DAAD Freundeskreise ehemaliger ausländischer Stipendiaten gibt es in vielen Ländern. Sonstiges. Die Teilnehmer der Erasmus-Programme des DAAD gehen laut einer Umfrage mit rund 79.000 Teilnehmern etwa doppelt so häufig Lebensbeziehungen mit ausländischen Partnern ein. Als Studenten ohne Auslandsaufenthalte. Weiterhin liegt die Arbeitslosenquote bei Erasmus-Studenten fünf Jahre nach dem Abschluss um 23% niedriger als bei denjenigen, die nicht zu Studien- oder Ausbildungszwecken im Ausland waren. Preise. Der DAAD verleiht jährlich einen Jakob und Wilhelm Grimm-Preis an Wissenschaftler aus dem Ausland für herausragende Arbeiten auf den Gebieten. Germanistische Literatur und Sprachwissenschaft. Deutsch als Fremdsprache sowie Deutschlandstudien. Die Auszeichnung in Erinnerung an die Sprachforscher und Begründer der Germanistik Jakob und Wilhelm Grimm ist mit 10.000 Euro dotiert und mit einem vierwöchigen Forschungsaufenthalt an einer deutschen Hochschule verbunden. Der nach dem langjährigen Präsidenten Theodor Berchem benannte und mit 10.000 Euro dotierte Preis für internationales und interkulturelles Engagement wurde 2011 zum ersten Mal ausgeschrieben und soll künftig alle zwei Jahre vergeben werden. Finanziert aus Spendenmitteln wird er von einer international besetzten Jury verliehen. Erster Preisträger war der Eichener Rektor Burkhard Rauhut. Schreibung. Die satzungsgemäße Namensform lautet Deutscher Akademischer Austauschdienst in rechtsverbindlichen Schreiben mit dem Zusatz C.V. In seinen Publikationen verwendete der Verein bis Anfang 2015 zur Verdeutlichung des Akronymes DAAD auch die Varianten Austauschdienst sowie Austauschdienst. Siehe auch Wissenschaftsmarketing.